Also ich frage mich schon seit mehreren Monaten, welches Spiel Fugatti, der Präsident der Region Trentino Südtirol, hier eigentlich spielt, wenn es um die Konzession der Brennerautobahn geht. Die Brennerautobahn ist eine Gesellschaft, die in Mehrheit öffentlicher Hand ist und die diesem Territorium 70 bis 80 Millionen an Gewinnen pro Jahr ausschüttet, die uns die Möglichkeit gibt, Transportpolitik so umzusetzen, dass wir den Verkehr, vor allem den Güterverkehr, mehr von der Straße auf die Schiene bekommen und die ein paar hundert Millionen in Rom in einem Front geparkt haben, um morgen Infrastrukturprojekte zu machen, um die negativen Auswirkungen des Verkehrs auf unsere Gesundheit abzuschwächen, siehe Umfahrung, Bozen und so weiter. Alles dies wird verloren, wenn wir die Konzession der Brennerautobahn verlieren. Das muss klar sein. Wieso also kann es sein, dass Fugatti als Präsident der Region hier offensichtlich auf Zeit spielt und dieses Projekt nicht weiterbringen will? Wieso dann? Das fragen wir uns schon länger und wir hatten im Dezember letzten Jahres deshalb einen Beschlussantrag in den Regionalrat eingebracht, der angenommen wurde und der die Regierung, also Fugatti auch, verpflichtet, hier sofort in Richtung Inhouse weiterzumachen. Das hat aber scheinbar alles nichts genützt. Jetzt lesen wir in der Tageszeitung Ladige, dass Abgeordnete der Lege aus dem Veneto in Rom einen Änderungsantrag durchgebracht haben, der es ermöglicht, dass die venezianische öffentliche Gesellschaft CAF-SPA ihren Aktionskreis, was die Verwaltung und die Führung von Autobahnen betrifft, auch auf die benachbarten Regionen ausdehnen darf, also auf die Region Trentino-Süttirol, deren Präsident jetzt Fugatti ist. Klar, was jetzt gespielt wird? Es dürften da keine Zweifel mehr bestehen, warum Fugatti dieses doppelte falsche Spiel gegen die Interessen der Region, gegen die Interessen seiner Wähler macht. Ich bin der Meinung, wenn die Region die Konzession der Brennerautobahn verliert, dann muss diese Regionalregierung sofort aufgelöst werden und ich glaube, dass auch der Präsident, unser Landeshauptmann Arno Kompatscher, der ja für die öffentliche Inhouse-Gesellschaft arbeitet, sich heute schon überlegen sollte, ob er diese Regierung in dieser Form weiterführen will. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020